Hinter uns liegt ein Jahr, wie es spannender, dynamischer, aber auch aufreibender nicht sein konnte. Gewaltige Herausforderungen galt es zu stemmen und die größte davon war sicherlich der Start von Campus One Schloss Gottesaue. Nun ist endlich zusammengewachsen, was zusammengehört und dies ging nur in einem Kraftakt, der uns alle in höchstem Maße forderte. Mein großer Dank geht hier uneingeschränkt an den Hausdienst, den technischen Dienst und die Verwaltung. Was von all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet wurde, ist mit Worten kaum zu benennen. Mittlerweile hat sich vieles eingespielt, hier und da ist sogar schon eine gewisse Routine eingetreten, aber manches liegt dennoch im Argen und muss verbessert werden. So zeigt sich der große Konzertsaal noch immer als Geheimbaustelle und der ein oder andere Baumangel muss noch behoben werden. Doch konnte unser gläsernes Radiosendestudio mit exzellenter technischer Ausstattung im Dezember seinen Betrieb aufnehmen und in diesem Jahr werden dank eines finanziellen Zuschusses von 180.000 Euro, der durch unsere Benefits-Galas möglich wurde, auch die Außenanlagen fertiggestellt. Da es hier allerdings noch Terminunsicherheiten gibt, werden wir das erste Open-Air-Konzert mit Picknick auf der grünen Wiese erst 2015 erleben. Dafür feiern wir aber in diesem Jahr unser Musikfest Music to go Karlsruhe klingt. Am 28. Juni gehen wir wieder in die City und musizieren an diesem Tag auf Plätzen und Straßen. Das ist dann erneut eine wunderbare Gelegenheit, uns in Karlsruhe einzubringen und unsere Musik gesellschaftlich zu verankern. Darauf freuen wir uns schon heute und wir sind stolz auf die Leistungen der letzten Jahre. Neben Music to go wird unsere Hochschule in diesem Jahr noch mit vielen weiteren Aktivitäten aufwarten. So gibt es am 12. Januar erstmals ein Neujahrskonzert mit dem Bläser-Sinfonieorchester. Am 2. Februar findet ein Dankeschön-Konzert für all diejenigen statt, die uns mit großzügigen Spenden, mit Stuhl- oder Baumpatenschaften und vielem mehr überaus hilfreich unterstützt haben. Ein Benefizkonzert zu Ehren all derer, die mit ihren persönlichen Zuwendungen Campus Wandschloss Gottesaue ermöglicht haben und denen wir mit dieser hochkarätigen Veranstaltung von Herzen danken wollen. Tabea Zimmermann wird zusammen mit Jörg Wittmann und mir selbst für einen musikalisch aufregenden und spannenden Abend sorgen. Noch ein kleiner Blick auf die weiteren Highlights des Jahres. Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert wird die diesjährige Karlsruher Rede zur Eröffnung des Sommersemesters im April halten. Und bei dieser Gelegenheit wird das erste Druckexemplar der bisherigen Karlsruher Reden präsentiert. Und last but not least, am 9. November findet die nächste Spendengala statt, ganz in der Tradition der ersten Gala, bei der Studierende und Dozenten der Hochschule für Musik den Konzertanten Part übernahmen. Die Spenden der Benefizgala werden unseren Studierenden zugutekommen und das erfüllt mich mit besonders großer Freude, denn wofür wären wir da, wenn nicht für unsere Studierenden? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein glückliches, ein gesundes neues Jahr und ich freue mich schon sehr auf die persönliche Begegnung, auf den lebendigen Austausch mit Ihnen auf Campus One, Schloss Gottessaue.